Das Viviverse steht nun wirklich endlich kurz vor der Tür und startet jetzt auch rein mit der Beta-Phase. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, wann das nächste Community-Update stattfindet. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an und wir schauen uns auf jeden Fall auch den nächsten Astro-Boy-Collectable-Drop auf Vivi an. Das und noch sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute wirklich mit vielen, vielen spannenden Themen mit dabei. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, du solltest definitiv hier meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ansonsten verpasst du nämlich leider wirklich eine Menge, Menge spannenden Content und weil du das Ganze jetzt gemacht hast, würde ich auch sagen, können wir jetzt auch ins Video rein starten. Rein starten tun wir an dieser Stelle ganz kurz mit einem Update, denn die App hat ein Update, deswegen unbedingt die App aktualisieren, habt ihr auch keine Fehler mehr bei Whitelist und so weiter und so fort habt. Jetzt machen und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch das Thema ViviWars an, denn es ist tatsächlich wahr, die erste Beta-Einladung wurde offiziell versendet und das nämlich an Dr. Profit, der größte Vivi Whale überhaupt in dem gesamten Ökosystem und dementsprechend hat er an dieser Stelle auch den Access bekommen. Ich beispielsweise habe leider keinen bekommen, vielleicht aber das nächste Mal, wie auch immer, der Start hier von ViviWars wurde an dieser Stelle auch damit gesetzt und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was hier auch für Bilder kommen werden, was für Reviews hier auch von den ersten Usern kommen werden, wie zum Beispiel vom Dr. Profit. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es hier auch nochmal sehen, Dr. Profit, you have been selected for the ViviWars Beta Access. Also hier auf jeden Fall für alle Leute, die mir nicht glauben wollen, was die Sache angeht. Und es wird auf jeden Fall auch noch einige Updates geben und zwar nämlich im nächsten Community Update, was am Montag standfinden wird um 22 Uhr deutscher Zeit. Ich werde das Ganze auch Livestream für euch, also das heißt, ihr müsst nicht in den Twitter Space rein, sondern ihr werdet das hier auf meinem Kanal dann gelivestreamt bekommen. Unter anderem wird es hier ums Waitlist System nochmal gehen, um das MCP, was denke ich mal auch relativ um die Ecke ist und noch sehr viel mehr. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird, aber wir schauen uns das auf jeden Fall am Montag live zusammen an. Ansonsten kommen wir aber nochmal ganz kurz zum ViviWars zurück, denn dort gab es auch nochmal eine sehr interessante Aussage von Ryan, der unter anderem hier auch mit im Team ist. Das ist an dieser Stelle hier einmal sein Twitter Profil und wie man hier auch sieht, ja, ist auf jeden Fall hier im Team auch mit dabei. Und er hat ja auch nochmal ein sehr interessantes Statement gemacht zur Qualität der Collectibles im ViviWars beziehungsweise im Marvel Showroom. Denn er war unter anderem ja auch auf der Convention jetzt in San Diego mit dabei und konnte dort unter anderem auch den Showroom im Backstage sehen und kann das dementsprechend auch relativ gut beurteilen. Und er sagt ja auch nochmal, dass wirklich die Qualität nochmal sehr, sehr, sehr viel besser ist als das, was wir jetzt eigentlich wirklich sehen, weil einfach sehr viel runtergescaled ist. Einfach, dass die App nicht zu sehr belastet wird. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussehen wird. Wir haben ja auch schon einige Eindrücke von Dr. Profit gesehen, wie das dann in etwa aussehen wird. Dazu habe ich auch dieses Video hier schon mal gemacht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik und ich bin auch, wie gesagt, sehr gespannt, wie das dann auch wirklich aussehen wird, wenn wir alle den Exzess dann endlich haben. Ich denke mal, bis zum Ende des Jahres sollte das auf jeden Fall für jeden machbar sein, wenn es nicht allzu große Fehler gibt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch im Zuge dessen den nächsten Comicjob an und zwar nämlich Spider-Man Neo Hashtag 1 und das Ganze hier einmal mit diesen fünf Covern. Das Ganze wird am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer hier im Waitlist Blindbox Format und ansonsten hier, wie gesagt, mit diesen Covern einmal. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern. Mir persönlich gefallen die dieses Mal überhaupt nicht. Schreib du mir aber auf jeden Fall gerne deine Meinung dazu in die Kommentare und ansonsten haben wir hier auf jeden Fall einen Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 7500 Stück. Für mich persönlich aber, wie gesagt, auf jeden Fall kein Buy. Unter anderem schauen wir uns auch hier nochmal ganz kurz die Go Collect Daten an. Eine 9.8 Grad mal für 450 Dollar ist nicht gerade so viel. Trotzdem kein unbeliebtes Comic. Wir sehen hier 237 Sales und auch 554 9.8 Grades, was natürlich auch einen enormen Einfluss hier auf den Preis hat, wenn wir extrem viele Grades hier haben bei diesem High Grade. Dementsprechend ist es auf jeden Fall kein super schlechtes Comic. Es ist ein etwas neueres Comic. Von daher sollte man da auf jeden Fall abwarten. Aber für die Leute, die das Cover feiern, definitiv etwas, was man mitnehmen kann. Ansonsten kommen wir auf jeden Fall zu den Drop Details für den kommenden Astro Boy Drop. Und das Ganze wird ja auf jeden Fall heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden. Deswegen auf jeden Fall nicht vergessen, das Ganze wird ja nur mit einem Collector bekommen. Das Ganze wird animiert sein. Das ist nicht der originale Astro Boy. Es ist eher die neuere Variante. Meiner Meinung nach ist das aber, ja, für mich persönlich jedenfalls nicht schlimm. Ich finde diese Version auch sehr, sehr cool. Schreib du mir aber auf jeden Fall gerne deine Meinung zu diesem gesamten Drop auch unten in die Kommentare. Und lasst uns da auf jeden Fall ein bisschen diskutieren. Und ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 25 Gems. Eine Edition-Sub von gerade mal 3.500 Stück und auch natürlich eine First Appearance. Und das Collectible könnte natürlich für den asiatischen Markt auch sehr, sehr interessant werden. Für mich persönlich ist es jedenfalls ein Kauf. Schreib du mir aber wie gesagt gerne deine Meinung dazu in die Kommentare, ob du das gesamte Collectible mitnimmst oder nicht. Dann gibt es außerdem noch ein ganz kurzes, kleines Update in der App. Und zwar, wenn ihr jetzt nämlich hier auf Comics draufklickt, dann habt ihr hier eine neue Funktion. Und zwar könnt ihr nämlich über die Comics direkt den Blog in der App aufrufen. Ihr seht jetzt hier diesen Banner. Da könnt ihr dann einfach auf den Blog drauf und könnt euch diesen gesamten Blog durchlesen. Unter anderem, so wie man auch oben sieht, kann man anscheinend auch die gesamte Website an sich besuchen. Und das alles tatsächlich in der App, muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist sehr gut umgesetzt und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da auch in Zukunft auch noch alles sehen werden. Und ob wir das Ganze auch noch für Collectibles sehen werden. Denn bis jetzt ist das tatsächlich nur für die Comics anscheinend und nicht für die Collectibles. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall dort noch abwarten. Schreib dir mal auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zu diesem neuen, coolen Feature meiner Meinung nach in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video hier. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und bis deine Käpt'n. Ciao, ciao.